Intro Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Heute schauen wir vor allem einmal in den Iran, wo man sehnsüchtig auf die Ankunft des Imam al-Mahdi wartet, ein Inside-Messias des Islam, der auch im Iran eine große Bedeutung hat und eine Staatsressort geworden ist, wie wir uns heute noch anschauen werden. Und diese islamische Inside-Figur Imam al-Mahdi soll auch in Zusammenhang stehen mit dem Ukraine-Krieg und wie das Ganze zu bewerten ist anhand des Islam, anhand der Geopolitik und der Bibel. Das wollen wir uns mal anschauen. Wir starten mit einem Artikel vom 31. Juli letzten Jahres. Da heißt es, schiitische Muslime im Iran und auf der ganzen Welt glauben, dass Imam al-Mahdi lebt, unter den Menschen lebt und die Erlaubnis Gottes wartet, wieder zu erscheinen und die ganze Welt mit Gerechtigkeit zu füllen, nämlich indem die Scharia in der ganzen Welt verbreitet wird. Alle islamischen Konfessionen bezeichnen diese göttliche Person und dieses große und außergewöhnliche Individuum als Mahdi. Denken wir dran, auch der Antichrist gibt sich als Gott aus dem 3. Tempel. Die schiitischen Muslime warten daher mit Begeisterung auf das Wiederauftauchen des Erlösers. Nun, wir wissen, für uns Christen gibt es nur einen Erlöser, nämlich Jesus Christus, aber die Muslime warten auf den Imam al-Mahdi und der islamische Jesus, der im Islam gelehrt wird, im Koran geschrieben steht, ist nicht der Sohn Gottes, starb nicht für unsere Sünden, ist nicht unsterblich, ist nicht auferstanden und vieles, vieles mehr. Also das ist nicht der wahre biblische Jesus, an den die Muslime glauben. Und genauso glauben wir Christen natürlich auch nicht an den islamischen Jesus oder an den Imam al-Mahdi. In einem anderen Artikel vom 16. Januar dieses Jahres, da wird berichtet, Irans Besessenheit von den Juden und Israel wurzelt im Kult des Propheten Imam Muhammad al-Mahdi. Er wird sich am Ende der Zeiten offenbaren, in der Endzeit, bevor er schließlich das Böse besiegt und ein islamisches Paradies auf der ganzen Welt eindeutet. Wie gesagt, das islamische Paradies auf der Erde ist gleichbeleutend mit der Scharia auf der ganzen Welt. Khameneh erhob den 12. Schiismus zu einem zentralen Grundsatz seiner Herrschaft. Selbst wenn ihr mit direkter nuklearer Vergeltung gedroht würde, könnte die fanatische iranische Führung immer noch ihre Waffen abfeuern und die Zerstörung ihres Landes riskieren, wenn dies die Vernichtung Israels und die Rückkehr von Imam al-Mahdi bedeuten würde. Und wir wissen, laut Daniel Kapitel 8, da geht es ja um die Endzeit, wird der Iran auch Krieg führen und letztendlich diesen Krieg verlieren, und zwar gegen den Westen. Da würde ich jedem empfehlen, Daniel 8 sich dazu nochmal anzuschauen. Und vielleicht ist ja Daniel 8 auch im Zusammenhang zu sehen mit der Ankunft dieses schiitischen Erlösers des Mahdis, den die Iraner ja so sehnsüchtig erwarten. Wir schauen uns den nächsten Artikel an, noch vom 3. Mai 2022. Da wird nämlich berichtet, Irans Revolutionsgarten und der aufkommende Kult des Mahdiismus, Raketen und Milizen für die Apokalypse. Hamas, Hezbollah und auch die Houthi-Rebellen. Die von Ayatollah Khomeini angeführte islamische Revolution im Iran von 1979 sollte die politische Doktrin des Schiiten und des Mahdiismus grundlegend verändern. Vielleicht noch wichtiger ist, dass die Situation nach 2009 auch eine neue Dosis Radikalität gegenüber dem Mahdiismus in Kaminets engen Kreis einbrachte. Diese innere Elite von Hardline-Klerikern begann, alle zeitgenössischen Weltereignisse im Kontext zu betrachten. Der Mahdiismus und seine apokalyptische Weltanschauung von der Endzeit. Tatsächlich bekundete Ayatollah Golpe Yegani, der Leiter des Büros des obersten Führers, im März 2022, seine Unterstützung für Putins Invasion in der Ukraine und beschrieb sie als Auftakt zum Wiedererscheinen des Herrn des Zeitalters Imam Mahdi. Also für diese Hardliner der iranischen Ayatollah Bewegung, die auf den Mahdi warten, ist der Krieg von Russland gegen die Ukraine. Da ist diese Invasion gleichbedeutend mit dem Auftakt zur Wiedererscheinung des Imam al-Mahdi, weswegen also der Iran und Russland auf jeden Fall stark verbündet sind und sich gegenseitig unterstützen, militärisch und geopolitisch und wirtschaftlich. Aktuell dazu ein Artikel mal vom 11. März, da heißt es Manöver im Golf von Oman. Russische Schiffe üben erneut mit China und Iran. Kriegsschiffe der russischen Pazifikflotte üben gemeinsam mit Einheiten aus dem Iran und China im Golf von Oman. Das Manöver soll bis Freitag dauern. Es ist nicht die erste gemeinsame Übung der Seestreitkräfte. Russland, der Iran und China hatten schon in der Vergangenheit gemeinsame Militärmanöver abgehalten. Auch angesichts internationaler Sanktionen hatten Moskau und Teheran ihre militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zuletzt deutlich ausgebaut. Tja, natürlich ist das keine Absicht, gehe ich mal davon aus, von Russland und Putin mit der Invasion auf die Ukraine jetzt irgendwie den Mahdi im Iran auszulösen. Aber die Iraner oder viele Hardliner sind dort im Iran davon überzeugt, dass dies geschehen könnte. Weswegen wir uns den Imam al-Mahdi mal etwas genauer anschauen wollen, damit wir auch wissen, was für Lehren er denn verbreitet. So wird berichtet im Buch der erwartete Erlöser auf Seite 4 und 5, der Mahdi wird eine Weltrevolution anführen, sowie eine neue Weltordnung errichten und der Islam wird siegreich sein gegen alle Religionen. Gegenüber dem Judentum und natürlich auch gegenüber dem Christentum, was gleichbedeutend ist, dass das auf jeden Fall kein Erlöser ist aus Sicht der Bibel oder von uns Christen, weil wir diesen Mahdi als einen Antichristen bezeichnen müssen. Dann heißt es im Buch al-Mahdi and the end of time auf Seite 40, Der Mahdi wird siegreich sein. Jerusalem wird der Ort des rechtsgeleiteten Kalifats und das Zentrum islamischer Herrschaft sein, angeführt vom Imam al-Mahdi. Durch die Hände des Mahdi wird die Bundeslade aus der Gegend des Sees Tiberias hervorgeholt und nach Jerusalem gebracht, um damit vielleicht auch die Juden zu überzeugen, an diesen islamischen Erlöser Imam al-Mahdi zu glauben. Und wir wissen ja, dass Kalifat lange sozusagen an eine Machtposition des Osmanischen Reiches wurde abgeschafft und soll wieder durch den Mahdi eingeführt werden. Und das heißt, dieser Kalif, dieser Mahdi ist eine Art Papst für die ganze islamische Welt. Schiiten, Sunniten und welche Sekten es dort noch gibt. Und wir wissen, auch der Antichrist wird ja von Jerusalem aushärschen, in den dritten Tempel sich setzen, als Gott ausgeben. Und so soll auch das Hauptquartier des Mahdi letztendlich Jerusalem sein. Dann heißt es in Sunan Abu Dawud, einem authentischen Hadith, der Prophet Mohammed sagte, der Mahdi wird von meinem Stamm sein und er wird sieben Jahre lang herrschen. Erstaunlicherweise laut dem Buch Daniel, laut dem Propheten, wird auch der Antichrist sieben Jahre lang herrschen, was doch einige mal bedenken sollten. Damit will ich nicht sagen, dass der Mahdi DER Antichrist ist, aber laut Bibel werden ja viele Antichristen auftreten. Dann heißt es im Buch Doomsday Partons and Prophecies, ab Seite 350, Jesus, der islamische Jesus, Isa, wird das Angebot und die Einladung, die Muslime im Gebet zu leiten, nicht annehmen und sein Gebet hinter dem Mahdi verrichten, damit die ganze Welt eben erkennt, dass der Mahdi größer ist als Jesus, was natürlich laut Bibel nicht der Fall ist, denn der Einzige, der größer ist als Jesus, ist der himmlische Vater. Weiter heißt es, Jesus, Sohn der Maria, nicht der Sohn Gottes, wird herabsteigen und sie führen und nach dem Heiligen Koran und der Sunna des Propheten richten. Alle Menschen werden aufgefordert, den Islam bereitwillig anzunehmen, eine Alternative wird es nicht geben. Das heißt, der Jesus, an den die Muslime glauben, der ist mehr oder weniger ein Islamist, wird auf Grundlage des Koran richten, der Sunna, der Scharia und so weiter, was natürlich fundamental der Bibel widerspricht, weswegen auch dieser Isa, dieser islamische Jesus, nichts anderes ist als ein falscher Prophet und ebenfalls ein Antichrist, der gegen den wahren Christus antritt und anstelle des wahren Christus, Jesus, der Bibel, auftreten wird. Und wenn es keine Alternative geben wird, außer diesen Mahdi anzunehmen, wie wir lesen, dann heißt es, entweder nimmt man den Glauben dann an, den der Mahdi lehren wird, oder man ist schnell weg vom Fenster, um es mal so auszudrücken. Dann heißt es im Buch The Approach of Armageddon auf Seite 236, Jesus wird auf Erden verweinen, der islamische Jesus, das muss man immer dazu sagen, der Mahdi wird die Muslime im Gebet leiten und Jesus wird sie nach dem heiligen Gesetz der Scharia regieren. Auch das widerspricht natürlich fundamental, wie gesagt, der Bibel, denn Jesus kommt laut Bibel mit der Torah wieder, dem Gesetz Gottes, des biblischen Gesetzes und nicht der Scharia, weswegen wir hier auf jeden Fall sehen, der Antichrist wird ja auch als Gesetzloser bezeichnet und wenn der Antichrist, der Imam Mahdi oder der islamische Jesus nicht die Torah hält, sondern die Scharia, dann ist er laut Bibel natürlich gesetzlos, weil er nicht dem Gesetz Gottes folgt, sondern dem Gesetz des islamischen, koranischen Gottes Allah. Deswegen müssen wir die Warnungen der Bibel ernst nehmen, denn wie gesagt, es kann sein, dass bald so eine Lösergestalt in der islamischen Welt auftreten wird, vielleicht auch im Iran. Darauf setzen nämlich die Mullahs. Deswegen warnte der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 11, Vers 4 und in Galater 1, Vers 8, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, einen islamischen Jesus, der die Scharia lehrt, nicht so ein Gottes ist, nicht für unsere Sündenstaaten, nicht auferstand und sterben wird, denn das wird der islamische Jesus, er wird neben Mohammed begraben werden, Gotteslästerung laut Bibel. Also wenn jemand kommt und einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht angenommen habt, oder ein anderes Evangelium, das Evangelium Mohammeds, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Ja, und denken wir dran, dass Mohammed ja angeblich seine Offenbarungen von Engel Jibri bekommen hat, von Engel Gabriel, was natürlich der Bibel widerspricht. Engel Gabriel sagte zu Maria, dass die Person, die Maria gebären würde, der Sohn Gottes ist, aber der Islam leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, also auch Engel Gabriel, der islamische Engel Gabriel, laut Koran, Surah 9, Vers 30 zum Beispiel. Deswegen, wer das also lehrt und glaubt, eine andere Botschaft von einem Fake-Engel vom Himmel, von einem gefallenen Engel oder Dämon oder Dschinn oder wie auch immer, der sei verflucht. Deswegen, es gibt nur einen wahren Jesus, nur ein wahres Evangelium, nur einen wahren Heiligen Geist und nur einen wahren Gott. Und all das finden wir nur allein in der Bibel wieder. Und wenn Muslime behaupten, die Bibel sei gefälscht, in der Tat so ist das, nämlich der Koran, ist die Fälschung der Bibel. Somit haben sie die Fälschung der Bibel in ihren eigenen Händen. Jesus sagte über die Endzeit und die Drangsal in Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Es wird also nicht nur ein Antichrist auftreten, ein falscher Christus, den Jesus dann letztendlich selbst beseitigen wird, sondern viele falsche Christusse werden auftreten und falsche Propheten und so könnte der Mahdi der Antichrist sein und Isa, der falsche islamische Jesus, der falsche Prophet, weil für Muslime ist ja Jesus nur ein Prophet und nicht der Sohn Gottes oder es könnten eben Vorreiter sein, des letztendlich letztem Antichristen und dem letzten Endzeitpropheten Satans, die im Buch davon Barung ja auch beschrieben werden. Nun glauben ja einige Muslime, dass Jesus laut Koran auch oder laut den Haditen das Kreuz abbrechen wird, also die Lehre, dass Jesus am Kreuz starb. Aber schauen wir mal, was der Herr tun wird. Jesaja 3, Vers 18 An jedem Tag wird der Herr die Halbmonde wegnehmen, das Symbol des Islams und deswegen müssen wir alles prüfen. Die Geister prüfen, die Menschen prüfen, die Lehren prüfen, die Prophezeiungen prüfen und zwar alles anhand der Heiligen Schrift. Das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, mit dem wir geistig kämpfen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistigen Mächte in den himmlischen Regionen und die Irrelehren dieser Welt zeigt. Lasst euch warnen, denn was viele Muslime glauben, könnten sie auch in self-fulfilling prophecies umsetzen, durch den Iran zum Beispiel. In diesem Sinne, lasst gerne an Like da, kommentiert, teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal. Vielen lieben Dank dafür und zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Bibel, nicht den Koran. Fragen Sie den Gott der Bibel um Erkenntnis, nicht Allah aus dem Koran, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der wahre Messias, der König Israels, der Richter der Welt, der Friedefürst und der Sohn des lebendigen Gottes, des himmlischen Vaters, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen. Amen und Gottes Segen. Amen und Gottes Segen.